So, heute haben wir nächsten Morgen, Morgenschießer. Jetzt schauen wir sich den Hund an, wie sie es verarbeitet haben. Ein paar Schuhe, ein Spray wieder, ein Dori, Isola. Die Ulobson, die sie verkreut haben von Schießen, die habe ich auch ein bisschen das Selbstvertrauen gestärkt. Da habe ich ihnen gesagt, ich brauche nicht so viel Angst davon zu schießen. Also was ist als ich, haben sie es gut verarbeitet. Ja, brav sind sie. Liebbar. Von Gaia, dann kann ich alles angehen.